Hallo Leute, Willkommen zurück bei Zocker an die Let's Play. Wir spielen wieder Fieldrunners 2 und haben eine neue Map vor uns. Schauen wir mal. Die Tower denke ich sind okay. Diesen neuen wollte ich probieren. Da müssen wir einen weg. Was tun wir weg? Ja, das ist die Frage. Tun wir mal den Bienentower weg und nehmen diesen Plasma. Zum Probieren. Hoppala, das habe ich schon ausgewählt. Braucht man nicht mehr. Und auf geht's. So. Mhm. Ich muss 100 umnieten, bevor die Zeit abläuft, was ich so sehe gerade. Äh, okay. Dann leiten wir die mal nach oben hier. Und weiter geht's. Ja, am Anfang sind sie noch schwach, aber das wird jetzt gleich schwerer. Das wird sicher nicht so bleiben. Machen wir hier dann sowas nach unten. Können wir ein bisschen schneller schalten. Also recht weit kommen die nicht. So. Aber sie werden stärker, wie man sieht. Gut, ich baue das jetzt hier ein bisschen vor. Mhm. Sie werden stärker, definitiv. Was ist das da? Ein Laser? Äh, schauen wir das mal an. Das sind Lasertower. Was machen? Okay, das ist so eine Art letztes Schutzschild oder so. Aha. So. Gut. Hier können wir noch einen platzieren. Aber das lassen wir vorerst mal frei. Okay. Ja, sie werden stärker, sie werden stärker. Ich wollte den da mal probieren, aber der kostet 60, ne? Da muss man noch ein bisschen warten. Vielleicht sollte man den hier austauschen gegen einen Slow Tower. So. Das ist sicher besser hier. Und ein Feuer Tower hier vielleicht. Aber dazu brauche ich wirklich noch Kohle. Die müssen wir uns erst verdienen. Na. Ja. Die werden langsam frech, frech, frech. Ich werde gezwungen, hier weiterzubauen. So. Jetzt werden sie aber wirklich. Äh. Ja. Da kommt jetzt schon was durch. Jo. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Jetzt kommen die mit Helis auch schon. Gut, aber der kommt nicht durch. Ein Feuer Tower wäre wirklich nice. Also den brauche ich jetzt echt. Es wird sonst ein bisschen hart hier. Also die kommen schon weit jetzt langsam. Einer ist ja schon durch. Äh. Ja. Ich habe es nicht geschafft. Und verstehe nicht warum. Die sind doch die ganze Zeit gekommen. Vielleicht sollte ich nicht so viel Pause drücken. Ein bisschen mehr mit schnell arbeiten und so. Ich glaube das ist hier das Ziel. Gut. Probieren wir es nochmal. Das ist jetzt nicht so leicht. Und das war easy. Aha. Okay. Gut. Das probieren wir gleich nochmal. Da muss noch was weiter gehen. Hier. 400 ist ja nicht so viel. Äh. Ja. Einfach. Wie ich sage mal. Tower-Bahn. 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 Oder wir locken sie in die Mitte. Es muss einfach schneller gehen. Das ist das. So. So, so, ich probiere mal was Neues jetzt, es muss wesentlich schneller gehen jedenfalls, sonst schaffen wir es wieder nicht, ich habe das vergessen mit der Zeit, so, ich glaube ich baue hier gerade Blödsinn, aber okay. So, dann hier noch einen, dann da oben auf jeden Fall einen, also ich habe hier ein bisschen Blödsinn gebaut, das wird wahrscheinlich nichts werden, statt den Slope Tower bauen wir jetzt mal sowas da, dann hier, lassen die einfach da rum. Umrennen, hier noch, das muss schneller gehen, weil sonst schaffen wir es nicht, hier rauf, hier rauf, so, dann da, so, dann hier und noch wieder mal runter hier eine ganze Reihe. Okay, so, ich lasse es schnell drin, weil sonst schaffen wir es sowieso nicht mehr. Die Zeit ist hier nicht, ja, ist ein bedeutender Faktor. So, 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 einer noch, ne, geht nicht mal. Gut, jetzt können wir upgraden langsam. Dann werden wir die hier upgraden, in der Mitte und die am Anfang, wo die alle so ein bisschen vorbeilaufen. Den hier noch. So, die wichtigen Tower, sage ich mal, wo immer treffen. Ja, aber jetzt schaffen wir es ohne Probleme. Zack, 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 zack. Jetzt ist kein Problem. Jetzt kommen wir sogar weit drüber. Noch weit drüber, ich will es nicht übertreiben. Zack, 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 zack. Das hängt ein bisschen hier schon mit Speed zusammen. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich verleben. Den hier, der war noch wichtig. Den haben wir noch nicht geupgradet. So. Jetzt haben wir eh schon alles upgrade, was geht eigentlich. So, mehr geht nicht mehr. Zeit abgelaufen. Geschafft. Gut, wenn man die Zeit nicht übersiegt, ist es kein Problem. Ich weiß nicht, es geht nicht mehr. Also. so dann versuchen wir das mal auf mittel jetzt wissen wir ja wie es geht sollte machbar sein sage ich mal so aber die tower kannst du eigentlich in die tonne kloppen wichtig ist nur der erste dass ich und jetzt werden wir das auch ein bisschen anders bauen ich habe es vorher ein bisschen dämlich gebaut ich wollte was probieren aber das ging voll in die hosen so jetzt müssen wir schon 150 schaffen das heißt wir machen jetzt hier was hier und dann lassen wir es nach oben laufen ja ein bisschen schwerer ist schon die kommen gleich mit motorrädern muss schneller gemacht werden zum schaffen es sowieso nicht so dann laufen sie hier wieder nach unten die kommen schon fast durch hier jetzt kommt definitiv was durch einer ist schon durch aber einer ist nicht so schlimm beziehungsweise hier können beliebig viele durch merke ich gerade das ist glaube ich zumindest das ist jetzt nicht so schlimm der laser der hilft ja auch noch ein bisschen mit da geht es einfach nur um die zeit die werden halt immer stärker so okay ich lasse es jetzt mal auf schnell es bringt nichts anders ja aber man merkt es ist mittel also es geht nicht so easy hier schlüpft einiges durch jetzt echt nicht leicht gut die helis sollte ich runterholen das ist nicht das problem so die geben auch schön kohle jetzt kommen sie wieder mit diesen motorrädern die halten wesentlich mehr als hause die flitzen mal durch hier man beherrscht euch mal gut wenigstens können hier so viele durch wie man will aber es bringt ja nichts wenn die immer schwerer werden und ich krieg meine links nicht zusammen hier meine kills aber sie müssen immer weiter laufen das ist gut hier zweimal noch und ein tower noch glaube ich mehr geht eh nicht mehr die werden schon wirklich derbe stark jetzt weiß ich gar nichts mehr hier die werden so stark die große wenn ich einen hier erwische überhaupt so und jetzt müssen wir updaten gut das schaffen wir auf keinen fall hier ist der erste schon elendig stark zeil abgelaufen helfe der man gerade mal geschafft gut dann probieren wir eine andere map kriege ich einen stern nee kriege ich nicht die wollen mir keinen stern geben ich habe mich doch so bemüht muss dazu sagen ich spiele das spiel blind ich habe wirklich nur ein paar videos gesehen so dann schauen wir was hier abgeht das ist neu ich kriege einen tower mehr ja so was nehmen wir da und den tesla auf jedenfalls wieso habe ich den raus hier gut wir machen hier wieder auch mal einen cut ich hoffe euch es hat euch gefallen bei zocker an die let's play bis zum nächsten mal tschüss Bis zum nächsten Mal.